Hallo, ich bin der Mati und mache Lehre als Lacklaborant. Das ist meine Berufsbildnerin Sandrin. Heute zeige ich dir, was ich jeden Tag im Labor mache. Kommt doch mit! Als Lacklaborant mischt man Farbe, applizieren und untersucht sie auf ihre Eigenschaften. Als Lacklaborant ist es besonders, dass man experimentieren darf, bis man Ziel erreicht. Das Beste an Lacklaborant ist, dass man mit verschiedenen Farben arbeitet, selbstständig ist und genau arbeiten kann und trotzdem am Team ist. Für die Lehre als Lacklaborant ist wichtig, dass du gute Mathe bist, Freude an Chemie, Bio, Physik hast und selbstständig arbeiten kannst. Bei der Dold AG gefällt es mir am besten, wenn die Berufsbildner sich immer Zeit nehmen, wenn ich Fragen habe. Das Besondere an der Dold AG ist, dass die Stimmung familiär ist, die Leute hilfsbereit sind und offen für Ideen. Und dass nach der Lehre eine Möglichkeit besteht, in der Firma zu bleiben und jetzt ganz viele Weiterbildungen zu machen. Ich hoffe, du hast einen guten Einblick bekommen. Falls es dir gefallen hat, erwähl dich bei der Dold AG. Ciao. 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 Vielen Dank.